Ich möchte gerne ein paar passende Worte sagen über die Nacktheit heutzutage in der Welt. Es ist ja eine Tragödie. Ich für meinen Teil muss Ihnen sagen, ich bin entsetzt darüber und zutiefst empört. Ja, haben Sie denn gewusst, wie die Gesamtbevölkerung dieser Welt heutzutage herumspaziert? Nein, dann will ich es Ihnen sagen, Sie sind doch tatsächlich unter Ihrer Kleidung total nackend. Ist das nicht abstoßend? Und es sind ja nicht nur die Menschen, obgleich das, weiß Gott, schon schlimm genug wäre. Selbst bei Tieren hat diese Unsitte um sich gegriffen. Niedliche kleine Hunde und Miezekätzchen machen da keine Ausnahme, denn unter Ihrem Fell ist nichts da absolut nackend. Und nicht nur die Vierbeiner aber bewahren, nein, auch die Vögel, jawohl, unter Ihrem hübschen, schillernden Gefieder nichts, absolut nichts. Auch Sie nacken darunter, das muss man sich vorstellen. Verzeihung.